Wer ist Oberösterreichs beste Newcomer-Band? Die Landes-SPÖ macht sich auf die Suche und was eignet sich dafür besser als ein Band-Contest? Die Soundtour soll jungen Bands, Nachwuchs-Bands einfach die Möglichkeit geben, wenn wir auf der bekannten Band einfach mal aufzutreten und einfach auch junge Leute mitzureißen, ihren Fans auch die Möglichkeit zu geben, sie auf der Bühne zu sehen. In jedem der fünf oberösterreichischen Wahlkreise treten die talentiertesten Bands gegeneinander an und so funktioniert's. Bereits im Vorfeld qualifizieren sich die Besten jedes Wahlkreises per Online-Voting, dann geht's für vier Bands zum Live-Auftritt. Den Gewinnern jedes Wahlkreises gewinnt das Finale am 11. September in Wales, den Gesamtsiegern des Contests eine eigene CD-Produktion. Also anmelden, rocken und gewinnen! www.soundtour09.at